ich sage euch ehrlich ich wäre gern italiener bin ich aber nicht werde ich nie sein kann ich nicht sein alles was ich kann ist autos vorstellen und für meine leidenschaft als alfisti habe ich heute das schönste und eines der performantesten kompakt suvs auf markt dabei nämlich den alfa romeo tonale plug-in hybrid q4 280 ps geht in 6,2 sekunden auf 100 und ist niegelnagel neu viele haben darauf gewartet ich zeige euch heute was werden wir machen wir gehen drum herum schauen uns die bella machina an wir schauen uns die bella machina im innenraum an wir fahren mit der bella jesse dieses auto und sprechen über komfort über die performance darin sprechen über das deutsche wettbewerbsumfeld über den preis über die lieferzeit alles was mich interessiert und hoffentlich euch auch wenn ihr euch für autos interessiert und die autosache sehr emotional betrachtet wie ich teilweise dann abonniert genau jetzt den kanal um 17 uhr gibt es bei uns ein neues review von der bezaubernden chassis oder mir jeden tag und dann legen wir los kommt ganz am anfang bevor es losgeht spreche ich über unseren kooperationspartner goleasy was machen die die vergleichen für euch unter den etablierten leasing anbietern wie meinauto.de schaut da ganz die gute sache ich muss mich echt beherrschen wir sind hier in ballokko das ist das testzentrum von maserati ferrari alfa romeo fiat hier stehen unglaublich tolle autos rum und für mich ist so weihnachten geburtstag und ostern heute zusammen aber mein job ist es erst mal über und da lege ich mich fest das schönste kompakt ist wie auf dem markt zu sprechen alfa romeo ist eine historica die so unglaublich seit 1910 bauen die italiener performance orientierte autos mit sehr viel emotion und ich bin typ der autos oft weniger rational sondern eher emotional betrachtet man könnte auch negativerweise sagen ich bin objektophil aber ich glaube ich bin ein bisschen alfisti und ich verstehe die marke sehr gut hoffe ich zumindest am ende vom video dürft ihr mir gerne in die kommentare schreiben wie euch das auto gefällt und ob ich der richtige bin den vorzustellen wenn man jetzt über den tonale spricht dann gibt es bisher julia und das suv stelvio die stehen auf der georgio plattform der hier steht auf der sccs plattform genauso übrigens auch wie der jeep renegade oder der jeep kompass die gibt es als 4xe also als plug-in hybriden heißt elektromotor hinten verbrenner vorne und der hier leistete sensationelle 280 ps als das auto neu waren viele gesagt 130 160 ps varianten als diesel oder wahlweise diese zwei benziner ist für ein alfa romeo zu wenig andere haben gesagt das ist ein auto was ich vielleicht in der stadt fahr da ist es mir einfach nur wichtig dass der wunderschön aussieht und das soll bezahlbar sein das hat alfa natürlich auch abgebildet das wettbewerbsumfeld hier ist mannigfaltig das ist groß der hidden champion in deutschland ist gar nicht versteckt das ist der vw tiguan es gibt ein audi q3 es gibt ein mercedes gla es gibt ein volvo xc40 da drin es gibt ein jaguar e pace die sind alle um die vier meter 50 lang und haben damit das prädikat kompakt suv deutsche lieben das warum naja man hat kompakte ausmaße findet in der stadt oder zu hause guten parkplatz sitzt leicht erhöht kriegt trotzdem die ganze familie rein hinten und wenn es sein muss auch mal eine waschtrommel ausstattungsvarianten hier sind super sprint die veloge und edizione speziale ich habe euch dieses auto schon in der edizione speziale vorgestellt dann ist mir aufgefallen die gibt es ja wahrscheinlich nur am anfang also nehmen wir noch veloge und hier ist werde montreal drauf 1500 euro kost diese lackierung ist mein liebling es gibt eigentlich die ganze italienische klaviatur der nationalfarben blau es gibt weiß es gibt grün es gibt rot es gibt schwarz wir haben euch alle farben eigentlich inzwischen vorgestellt grau auch aber das hier ist meine lieblingsfarbe ich finde es mega auch vor allem hier wie dieser metallik lack in der sonne glänzt ist unglaublich schön ausmaße der 4 meter 53 lang 1 84 breit 1 60 hoch hat 2 mit der 64 radstand ziemlich kurze knackige überhänge und von vorne ist es eine echte augenweide natürlich machten alfa weiter der scudetto aus also diese v-form hier drin alfa romeo logo ist hier und verbunden quasi direkt mit den matrix led leuchten die hier so eine u formige signatur haben in der seite hier steht auch wieder alfa romeo drin die machen eine tolle begrüßung und verabschiedung signatur kann ich euch jetzt nicht zeigen weil es einfach zu hell dafür und hier unten ein sehr prominenter sehr präsenter stoßfänger hier mit einer unterbrechung hier nochmal grün das ist von vorne toll auch die ausformung hier in der motorhaube sind einfach nur ein träumchen jetzt gehen wir mal in die seite euch wird ziemlich direkt auffallen dass wir eine sehr coupé haft abfallende dachlinie haben hier dass dieses auto wirklich knackig ist wir haben hinten nur leicht abgedunkelte scheiben wie gesagt die räder stehen echt weit auseinander und ich habe mir eigentlich mal geschworen eigentlich wäre ich gern italienischer designer geworden aber am ende bin ich doch nur deutscher kartoffeltechniker klärer in den videos aber das ist okay denn ich liebe meinen job was ich euch sagen kann ist es ist sehr interessant denn der akku ist jetzt hier 15,5 kilowattstunden groß wiegt 125 kilo dadurch dass der aber hier unten liegt sorgt dafür einen schönen tiefen schwerpunkt beim auto und es geht darum dass der hier sehr dynamisch ist eine förderung wird 2023 nicht mehr geben hinten sitzt der elektromotor 90 kW vorne sitzen 180 ps starker verbrenner wir haben keine mechanische verbindung zwischen den motoren ein bisschen leicht synthetisches fahrgefühl was die allrad verteilung angeht aber ein schönes torque vectoring hier drin kommen wir später bei der fahrt zu federn sind adaptiv da streite ich mich mit jesse immer drüber was schönes wir haben 18 19 20 zoll felgen und alpha ist sehr stolz dass man diese 20 zoll felge drauf hat ein typisches alpha felgen design mit diesen tellern hier drin alpha romeo logo hier wir haben hier die brembo drauf mit rotem bremssattel wunderschön wir haben kein plastik hier drumherum sondern schön lackiert in so einem grau veloce steht hier in dem schweller haben wir noch mal den einleger der das auto auch schön breit macht schwarze spiegelkappe hier leider kein glasdach das hätte ich mir gewünscht bügeltürgriffe jesse sagt jetzt immer bügeltüren nicht einigermaßen lustig zu was wir jetzt allerdings kommen ist dieses kleine süße schlangenmuster hier oben drin das so eine mischung aus dem alfa romeo logo unten im stecker und zeigt einfach dass man dieses auto an der steckdose laden kann der akku sorgt für eine reichweite von bis zu 69 kilometern nach welt tp in der stadt sorgte dann für 82 kilometer und hier kann man den laden den allrad und das ist jetzt interessant denn der akku hier ist mit bis zu 7,4 kw ladbar hier dran dann in 2,5 stunden voll mit 3,5 kw oder 3 kw wäre glaube ich in 5,5 stunden voll was ganz interessantes wenn wir jetzt ans heck gehen finde ich mega weil da hinten steht ein jeep testgelände ist hier auch offroad mäßig und das heck ist die schokoladen seite vom auto weil das ist einfach präsent sportlich man kann hier an der seite dann mit benzin betanken insgesamt sorgt das für eine reichweite von 600 kilometer mein highlight hier hinten ist diese leuchte die auch wieder diese u oder schikanen form hier drin hat die sich dann im logo und der mitte trifft tonale steht hier unten drauf dachkantenspoiler hier hinten präsent aber nicht prollig eben trifft sich alles schön hier unten dann in diesem diffusor mit echten endrohrblenden wieder und das auto macht da war ich sehr überrascht einen echt tollen sound rückfahrkamera ist hier das schon echt eine richtige bella markina eine echte schönheit 500 liter kofferraumvolumen natürlich geht er hier elektrisch auf ist auch sehr hoch angeschlagen und jetzt schaut mal hier rein wir haben eine relativ hohe ladekante ist allerdings okay was ich schön finde ist dass man das hier so einspannen kann habe ich im anderen video vergessen oder vielen bisher zu zeigen dass erinnert mich dann immer dran ladekabel findet hier schön platz wir haben auch beim plug-in hybriden keine einbußen im kofferraumvolumen ich mache mal jetzt hier noch die gut ablage raus und dann haben wir hier eine durchreiche für die skifahrer zeige ich gleich noch von der anderen seite wir haben keine haken hier hinten um die rückbank umzuklappen und was ihr jetzt seht ist so eine ganz kleine ladekante da hinten ich glaube dass man noch schnell um genau aber das ist echt okay 12 volt steckdose haben wir dann hier schaut gerne mal rein und legt das jetzt hier mal wieder rein und wir schauen uns mal die rückbank an jesse ist ganz wichtig dass die türen sehr weit aufgehen das heißt ja ihr bekommt eure familie da ganz gut rein geladen obwohl jetzt der ausschnitt hier nicht immens ist aber völlig ausreichend hören jetzt schauen wir uns mal an wie viel platz ich da hinten habe und ich sage euch was bei dem radstand selbstredend genug klar war kein glasdach hier drin bei mir passen zwei handflächen noch nach oben hin und wie es hier drin alleine riecht ist toll cupholder ist hier die durchreiche für die skifahrer haben wir dann hier die sitze eine perforierung hier in der mitte wir haben kaum seiten halt wir haben hier die kopfstützen die man schön verstellen kann sehr schmaler und flacher mitteltunnel das heißt man kann auch sehr gut in der mitte sitzen usb usb stecker ist hier und ich zeige euch vielleicht einfach mal kurz ich kann gut in der mitte sitzen hier vorne geht noch was rein und jetzt schauen wir uns die tür an erstmal hier ja richtig schönes ziehelement wir haben den türöffner hier eine gute polsterung wertige materialien aber eben auch der klasse üblich so ein bisschen hartplastik aber besser als beim vw konzern muss man muss man ehrlicherweise sagen und jetzt mache ich mal vorne auf und das interessanteste bei dem auto ist über die motoren zu sprechen denn das auto war neu wir waren mit dem am komer see und alle haben gesagt aber welche motoren sind denn da drin und bei den benzinern ist es ein 1,5 liter motor mit 130 oder 160 ps das war vielen in der vergangenheit zu wenig auch wenn das eher so ein politisches ding ist hersteller machen diese kleinen motoren da rein weil sie die flotten verbraucher erreichen müssen es gibt noch ein 1,6 liter diesel auch mit 130 ps aber die alfa fans haben gesagt nee 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 das ist nicht das was wir uns vorgestellt haben sondern wir wollen die vollen 280 ps hier sind sie setzen sich zusammen aus dem 1,3 liter motor hier vorne mit 180 ps und hinten kommt noch mal 90 kw also 122 ps dazu insgesamt geht der dann mit 1835 kilo also mehr als 1,8 tonnen in 6,2 sekunden auf 100 wird rein elektrisch 135 kmh schnell insgesamt wird da 206 kmh schnell das sind beeindruckende leistungsdaten was wir jetzt machen ist reingehen wir schauen uns zusammen mit jesse ist ein bisschen müde den innenraum an vielleicht weckt er sie auf danach werden wir fahren ich denke spätestens das weckt sie auf dann gibt es ein fazit mit mir alleine kommt mit hallo findet ihr es eigentlich auch ein bisschen komisch dass wir auf dem kanal jetzt schon irgendwie das achte mal ein tonale mit allen ausstattungsvarianten allen motoren vorgestellt haben genau das fragen wir jetzt gleich jesse wenn sie rein kommt erstmal vielleicht unterscheidung tiguan tonale tiguan passt immer man setzt sich da rein irgendwie so ein bisschen golf oder vw phänomen passt direkt kann man alles perfekt einstellen hier um schlingt ein dieses auto man fühlt sich direkt irgendwie zwei kilo schwerer als man ist aber man ist hier ja perfekt drin und will eigentlich direkt losfahren und das riecht alles nach alpha ich glaube nur die fanboys werden es verstehen was ich schade finde ist dass wir das glasdach nicht haben ja wir haben einen schwereren tieferen schwerpunkt hier drin als bei den verbrennern und glasdach wäre da vielleicht nicht förderlich aber macht den innenraum wunderbar hell und ich mag halt eben licht deshalb beuge ich mich jetzt auch zu euch sitze perforierung für eine sitzheizung eine sitzkühlung und dann haben wir hier das alfa romeo wappen ganz stolz da oben breite seitenbacken die einen richtig umschließen habe ich ja gesagt und wenn man jetzt den schwenk vorbei an ja dem 10 und dem 12 zoll display machen in die türen an diesem beleuchteten element dann sehen wir schon richtig schicke lüftungsdüsen hier haben an cardon anlage die optional also aufpreispflichtig ist gut gepolsterte armauflage da unten wenn man mit der hand rein drückt sieht man das auch ganz gut wir haben einen schönen türöffner da oben und unten platz in der tür bisschen hart plastik ist da auch alfa romeo einstiegsleiste unten handschuhfach hier ganz gut und dann haben wir hier keine polsterung für die knieplastik zierelement wieder schön hier und in dem auto wandert alles von hier irgendwie runter über die wichtigsten knöpfe für die klima die lüftungsdüse hier diese mit klavierlack hinterlegt ist vorbei an der induktiven ladebuchse und sorry vw im vergleich zu euch funktioniert diese induktive ladebuchse hier drin einfach dieses tollen sichtfeld auch man kann da aufs handy schauen wir haben hier den dna schalter kommen wir gleich zu gangwahlhebel ist hier nicht so ein kleiner tockler wie bei vorlesen richtiger gang schalter noch kann man jetzt gut oder schlecht finden ich mag die kleinere variante eigentlich lieber weil sie weniger platz wegnimmt das einzige was denn hier drin knopf oder hardware seite glaube ich unterscheidet ist der e-safe modus wenn man will möglichst nahe verbrenner sein hier drehregler für laute leise so sieht er aus der alfa romeo emotionale beziehungsweise tonaler schlüssel cup holder hier ein bisschen platz hier gut gepolsterte armauflage und jetzt kommt die bella jessica hoffentlich rein wie geht's gut bisschen müde wie jan schon gesagt bist du gesprächig heute geht sogar geht so aber ich bin am start okay das ist so wichtig schau mal wenn wir beide displays darauf bekommen mache ich jetzt hier mal die zündung an und wenn es um den alfa romeo emotionale geht dann seht ihr erstmal hier wie das rein fährt da vorne wie das rein fährt und wenn man da wieder aus macht schau mal auf beiden seiten vor allem hier auf der ist das richtig gut ich mache jetzt die zündung mal an und jetzt sprechen wir über das lenkrad jesse wie gefallen dir diese riesigen schaltpedal hier ich finde sie ein bisschen drüber aber eigentlich geilen vielleicht noch zur frage die jan gerade gesagt warum haben wir euch jetzt schon acht videos gezaubert weil wir jede motorisierung gezeigt haben und jede farbe und jede ausstattung das gehört dazu warum haben wir euch zeigen wollen was einfach alles kann weil wir auf die dinger stehen perforierung hier am lenkrad und leicht abgeflaggt alfa romeo hier start stopp knopf hier was mir nicht so taugt ist dass man den tank da hinten aufmachen muss das vergesse ich nämlich immer weil ich glaube wenn man das auto besäße dann würde das auch funktionieren ich drücke jetzt noch mal hier oder lassen wir uns vielleicht einfach mal anmachen hier dass ich euch da alles schön zeigen kann ihr hört auch die geräuschwelt assistenten hier dann können wir das digitale cockpit hier steuern und das finde ich eigentlich eher ganz spannend weil ihr habt hier die geschwindigkeit vielleicht einfach oder eine karte hier in die auch rein zoomen könnt verbrauch habt ihr hier die assistenten habt ihr hier hier habt ihr so eine rekuperations anzeige bremsebeschleunigung kann man also auch was lernen da drin und hier habt ihr den fahrmodus schalter und je nachdem ob ihr neutral ob in dem modus hier seid oder in dem dynamik modus ändert sich auch die farbliche hinterlegung da drin hier habt ihr noch mal alles für die dämpfer esc geht hier aus und jetzt sprechen wir vielleicht einfach mal direkt über den sound hätte ich nicht erwartet ich auch nicht ganz ehrlich krass also was schönes hier erst mal wenn ihr hier seid habt ihr die medien ihr habt hier alles zum komfort dann könnte klima hier auch steuern sitzheizung sitzkühlung navigieren was ich am navi sehr mag vor allem ja bei der art von auto ist dass ihr die ladestation suchen könnt ihr könnt ja hier einfach zum beispiel sagen suche machen wir es mal über alexa hey alexa navigiere nach mailand die weg beschreibung zur adresse mailand wird abgerufen schon mal nicht schlechte alexa ist hier drin die navigiert und finde ich richtig gut ich hoffe manchmal auch gerne alexa ja warum müssen wir den ganzen tag fragen beantworten und jetzt naja dann gehen wir es halt mit der hand ein sie erreichen ihr ziel um 14 uhr 45 geht schon guck mal hier mailand und jetzt ist interessant weil ihr seht schon mal dass das system sehr sehr schnell ist und was man dann schön zeigen kann hier ist dass ihr zum beispiel die ladestation hier suchen könnt was wirklich praktisch ist und dann seht ihr wie schnell ist ich weiß nicht ob das leute das auto nehmen zum schnellladen aber wenn man das hier weg macht sie erreichen könntet ihr hier auch die tankstellen suchen was vielleicht noch praktischer ist was cool ist man hat es hier entlang der route oder man kann eben auf der karte in der nähe des ziels und so weiter also man kann es noch filtern je nachdem wo man eben ladesäule haben möchte oder sehr gut home hier könnt ihr auch frei belegen widgets hinzufügen wie zum beispiel my car ihr habt hier apple car play android outdoor aber das spannendste kommt eben hier my cars hier schaut mal wie schön das aussieht ihr seht hier auch ein querschnitt vom auto und hier seht ihr den dna schalter was sich verändert motor drehmoment gaspedal schaltung hier von der sechs gang wandler hier drin e traction lenkung hier n und hier der mehr oder weniger elektrische modus der dann nur heck getrieben ist das schon interessant ich habe da alles zum trip könnt dann auch so ein bisschen sehen was er verbraucht das wirklich ganz unterschiedlich je nachdem wie man fährt was man fährt und interessant ist die e-hybrid anzeige hier weil ihr habt hier die leistungsfluss anzeige fahrhistorie habt ihr hier ihr habt ladeprogramme die ihr hier rein machen könnt im e-save modus da könnt ihr über den verbrenner dann die batterie laden oder eben beim rekuperieren das bin ich hier aus versehen drauf gekommen 40 60 80 prozent das schon gut und ladeeinstellungen sind dann noch mal hier sieht man ganz gut auch den ladegrad sieht man hier habt ihr dann alles zur leistung zusätzliche messgeräte ist ja ein performance auto steuerung kamera zum beispiel hier ist auch ganz gut sehen wir dann gleich beim fahren aber was wir jetzt machen ist die stimmung spagetti gab es heute spagetti eis mascarpone wie gefällt dir balocco wie magst du den alfa romeo emotionale also erstmal ich stehe auf pizza und auf pasta ich stehe auf den alfa romeo und ich stehe hier auch auf balocke ich kenne nur eine sache die noch emotionaler ist also das auto weißt du was ja und jetzt fahren wir mal los start stopp knopf hier und jetzt schaut mal ich habe es euch ja schon gezeigt erstmal das geräusch ist interessant wir starten auf n und um alles sehr gut bewerten zu können ihr könnt ja einfach mich kritisieren bei der fahrt machen wir jetzt hier mal die leistungsfluss anzeige da rein und ich kann die auch hier vorne rein machen dann seht ihr nämlich auch genau hier sind wir daheim wie das funktioniert beginnen möchte der autor hier auf seinem heli landeplatz das nicht seiner ist mit der rückfahrkamera das ist gut ist eine echte 360 grad kamera und jetzt fahren wir erstmal los und wie ihr hört hört ihr erstmal nichts wir fahren hier elektrisch rein elektrisch und wir haben den akku für euch fast schaut mal da unten hier da wo mein finger ist ganz runtergerockt und wir sind wirklich das boiler ich jetzt einmal mal 55 kilometer weit gekommen und n ist so dass wo ihr wirklich gar nicht nachdenken müsst hier drin und jetzt ist interessant weil ihr wenn ihr einfach nichts machen wollt wenn euch das zu dumm ist dass ich will nicht jetzt entscheiden müssen fahr ich elektrische wer immer schaltet die auf n und nichts passiert dritte dir einmal durch kommt der verbrenner vorne einfach dazu und vor allem interessant ist dass ihr den auch zwingen könnt elektrisch zu fahren also hier rein und dann erzwingt er den einfach für die elektrische fahrt jetzt muss ich natürlich schauen da kommt der werkschutz der werkschutz dass ich hier dieses die navi ansage ausbekommen hier oder rote abbrechen ja und interessant wäre jetzt auch schaut mal hier das hat richtig angst vom werkschutz ich habe immer schiss vor polizei und co schaut mal hier ist nicht verfügbar gerade aber niedrigen geschwindigkeiten glaube ich schon jetzt der akku wahrscheinlich wirklich leer 0 km steht da vorne auch genau und jetzt guck mal hier ehybrid ceter immer noch hier rein elektrisch rein heckgetrieben und jetzt rechts sieht man den rubikon rubikon das ist das für ein dach ihr seht dieses auto in rot in grün in blau und jetzt schreibt mir gerne mal in die kommentare was euer liebling wäre welche farbe würdet ihr denn welche farbe würdest du nehmen jessi ich würde den grünen hier nehmen in veloche in veloche da sind sie alle ich war extra mal für euch dran vorbei sind die schick und jetzt musst du wenden das schaffe ich oder und hier werden die dann halt auch geladen die italiener haben auch ladestationen fehlt es dir dass man den nicht dc laden kann ne 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 weil ich finde dass das eh nicht so ein konzept ist dass man schnell lädt also wird man denn wirklich sagen ich muss jetzt 400 kilometer irgendwie nach münchen fahren und halt alle sagen wir auf der autobahn wirklich dann nur 40 kilometer an und lad den ne aber was man natürlich machen kann ist den dazu zwingen elektrisch zu fahren und dann in der stadt wenn man vielleicht am tag echt nur so 10 kilometer oder 20 fährt müsste man den nur alle drei vier tage laden oder einfach immer über nacht anstecken jetzt ist der leer was jetzt interessant ist ihr könnt jetzt wenn ihr den e safe modus rein macht den batterie laden modus nehmen aber auch den batterie spar modus und man kann über den verbrenner den akku dann wieder laden seht ihr dann hier vorne in der leistungsfluss sache das ist schon ganz interessant da seht ihr das mit dem laden was aber spannender ist ist wir schalten jetzt mal auf den d modus hier die rein und ich gebe einfach mal gas da vorne ist übrigens ein stereo 2 meter 68 lang im vergleich und jetzt beschleunigen mal durch und schaut mal wieder nach vorne geht und das ist halt krass jetzt ist voll allrad jetzt ist vorne hinten volle leistung und wir sehen halt schön dass die motoren ganz gut zusammenarbeiten man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und jetzt hat man halt 6,2 sekunden auf 100 eine echt gute beschleunigung einen echten alpha der ist jetzt nicht wirklich ein leichtgewicht der wie 1835 kilo wir beschleunigen nochmal durch dass wir uns das schön ansehen können aber er geht halt in 6,2 auf 100 und das ist schon sehr sehr kultiviert hier einmal 100 dann gleich wieder abbremsen weil hier ist glaube ich 50 aber ist ja eine abgesperrte genau ist privat und was ich interessant finde ist hier sind diese diese paddle hier mit dem man viel machen kann auch der sound oder aber wenn man ehrlich ist macht ein auto ja nicht nur die beschleunigung aus dann müsste man wahrscheinlich konsequenterweise aktuellen tesla kaufen sondern die straßenlage und da finde ich es richtig toll dass wir keine mechanische verbindung zwischen vorne und hinten haben ich finde das macht sehr viel sinn dass man den e-motor an die hinterachs setzt man muss sich wenn man so ein normales sagen wir audi oder vw allrad getriebe fährt mit einer lamellenkupplung von vorne nach hinten ein bisschen dran gewöhnen dann kann es leicht synthetisch am anfang wirken aber eigentlich finde ich es wirklich sehr gut weil halt der motor hinten unterstützt wenn man jetzt hier mal schnell ja in der kurve einfach drin ist dann klebt er ja schon richtig alpha typisch und was schönes wir haben eine nahezu perfekte gewichtsverteilung heißt dieses auto ist sehr beherrschbar was ist oh nix da ist der werkschutz wieder vorne der werkschutz jetzt müssen wir hier einmal rauskommen und hoffen dass die uns rauslassen ich glaube die italiener nehmen das nicht so krass ernst mit dem werkschutz aber was ich krass ernst nehme ist die bewertung von autos willst du rekuperation hier erklären solange hier jetzt stehen wir ja schon was interessant ist wir haben auch unterschiedliche stufen für die rekuperation da kann man übrigens sehen hier kommen wir raus wird unsere nummer kontrolliert rekuperation natürlich was ist du machst das jetzt einfach mal also rekuperation bedeutet der elektromotor kann andersherum auch als generator dienen und den akku eben wieder aufladen das seht ihr da vorne schön wenn ihr einmal bremst oder im schubbetrieb also wenn ich vom gas gehe heißt die energie fliegt nicht einfach weg vielleicht ist n dafür besser sondern wenn ich hier im schubbetrieb bin oder bremst dient der elektromotor anders als generator dahinter und lädt dann wieder auf jetzt schalten wir allerdings in d beschleunigen nochmal auf 100 durch weil das dürfen wir hier schon gut oder 280 ps ist echt eine menge bremse machen wir noch halte ich fest jesse glaubst du eigentlich irgendwann wird dir das mal zu viel mit mir hier autos vorzustellen ja vielleicht mit 80 oder so mit 80 oder so sag mal ehrlich was ich mich die ganze zeit gefragt habe ist nicht nur wie die assistenten funktionieren die funktionieren mich sehr gut hier auf diesem knopf sondern ist es eigentlich jetzt ein frauen oder ein männerauto gibt es überhaupt noch frauen oder männerautos ja also ich würde sagen so ein fiat 500e in pink ist schon eher so ein frauenauto vielleicht habe ich vielleicht darf ich selbst eine meinung haben ich würde den auf jeden fall in der stadt sehr sehr gerne sogar fahren ich hätte aber schon gern die 280 ps und da ist es natürlich auch kein ganz preiswertes auto ich mag den sound auch hier drin ich mag dass man so viele technische spielmöglichkeiten hat und dass man halt dieses ganze italienische potpourri der emotionalen gute laune hat haben wir alles erklärt? ja was wir jetzt machen ist also wir haben hier doch was vergessen da wurde ich gerade daran erinnert reichweite wie weit sind wir denn gekommen? also ich würde sagen wir kommen 50 kilometer weit aber wir haben hier halt auch italienische ich glaube 23 grad das ist nahezu perfekt aktuell und verbrauch ist sehr interessant wenn man jetzt hier vielleicht mal am straßenrand anhält kann man sich das ganz gut nämlich mal zu gemüte führen und das ist echt gar nicht so einfach erst mal wenn man das auto hier ausmacht am lenkrad sieht man dann vorne so eine kleine verbrauchshistorie naja zumindest war das jetzt mein plan naja jetzt hatte ich es aber das war schlecht zu lange aus aber das ist ganz gut gelöst jetzt zeigen wir euch das nochmal schnell hier Fahrhistorie da kann man dann sehen in etwa wie man regeneriert hat übrigens gibt es hier auch so ein NFT Programm was auch Firmen nutzen könnten dann und ja was haben wir verbraucht hier beim Trip 5,6 Liter ist natürlich gut wenn man rein elektrisch fährt schafft man so unter 30 Kilowatt schon und dazwischen liegt halt alles was dazwischen liegt kommt sehr stark darauf an wie fahrt er rein elektrisch wie langsam fahrt er wie rekuperiert er nicht ganz einfach zu beantworten also jetzt ein O Sole Mio Fazit ja kommen wir zum Fazit wir sind hier in Balocco und ich sage euch eins die Gene von Alfa Romeo und die Zielsetzung wird einem nirgends glaube ich auf der Welt so klar wie hier denn die Marke die es seit 1910 gibt die will dynamisch sein die will emotional sein und ich glaube da war man bei Alfa Romeo beim Tonal am Anfang selbst vielleicht nicht ganz so glücklich dass man den Kunden nicht gleich die 280 PS Version zeigen konnte aber man wollte erstmal die Optik vom Auto zeigen und glaube ich einen soliden Einstiegspreis garantieren und dann sagen nach so einem halben Jahr BAM und das ist einem geglückt natürlich ist die Plattform vom Auto aus dem Konzern bekannt ich finde es aber krass dass man diese hohe elektrische Reichweite raus geholt hat den Akku vergrößert hat dass man mehr Leistung da rein gebracht hat mit 280 PS ich bin richtig angetan vom Fahrverhalten vom Auto vom Sound natürlich ist es kein Leichtgewicht natürlich ist die Abstimmung zwischen den beiden Motoren nicht so direkt oder vielleicht so intuitiv wie man das von so einer Lamellenkupplung nach hinten bekommt aber es hat schon seinen Vorteil ich mag dieses System von den Plug-in-Hybriden und ich finde es auch dann sinnvoll und da bin ich ehrlich wenn es 2023 keine Förderung mehr vielleicht dafür gibt zum Auto das ist der schönste und der emotionalste in der Optik seiner Klasse keine Frage der nimmt einen auch im Innenraum wirklich mit das Infotainment ist da ist nicht überladen man bekommt viel Kofferraum man bekommt seine Familie da hinten rein und vor allem die Plug-in-Hybrid Variante mit Allrad schafft eine unglaublich tolle Spreizung aus Alltag vielleicht sogar elektrisch fahren hohe Reichweite und auf Drehsteller Druck eine Performance die wenn die Kinder dann der Schule sind oder man vielleicht die Frau dann mal los ist im Auto so unglaublich Spaß macht oder den Mann ja das einzige Problem ist dann halt der Preis und da bin ich dann schon wieder raus als Geringverdiener YouTuber denn der beginnt bei einem Einstiegspreis von 51.000 Euro als Edicione Speciale so wie er hier steht liegt er dann bei 54.500 Euro T kostet 52.000 Euro und wenn man mit einem 130 PS Motor den Einstiegspreis von knapp über 36.000 betrachtet sind es 14.000 Euro mehr und das ist ein Brett aber man muss die Leistung nicht nehmen man kann und dann muss man halt dafür auch relativ tief in die in meinem Fall leeren Taschen greifen wenn euch die Taschen gefallen schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner Modezinser vorbei da könnt ihr ja diese italienische Klamotte einfach nachkaufen bekommt auch einen Rabattcode hier seid ihr gelandet ja bei dem Möchtegern bei dem Pseudo Italiener der es nie sein wird der aber italienische Autos vorstellen darf und auch mal in Italien sein kann ich weiß auch gar nicht so richtig was mit dem Video zu tun hat bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr Neues seine Art von der bezaubernden ja wirklich italienisch anmutenden Jessie oder dem mir und dann sehen wir uns morgen wenn ihr den Kanal jetzt abonniert tschüss tschüss